Der große Sat.1-Film am Dienstag. Kennst du das? Wenn du plötzlich dein Leben von außen siehst und dich fragst, war das jetzt schon alles? Hans-Werner Mayer Tatjana Blacher Dafür gehst du den Helm nicht. Fahr vorsichtig. Alles war perfekt. Doch dann trifft er Tom. Unsere Ehe war eine Lüge, stimmt's? Ich hab mich verliebt. Du machst alles kaputt.